So, einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute ist Montag, der 11. Dezember 2023 und es ist wahrscheinlich die letzte wirklich spektakuläre Handelswoche des Jahres 2023, die ansteht. Ja, nächste Woche haben wir noch eine Woche und wir haben auch die Woche darauf noch eine verkürzte Handelswoche nach dem Weihnachtswochenende, aber nichtsdestotrotz diese Woche, da gibt es nochmal einige spannende News-Events, die es zu beachten gilt, die nochmal Volatilität sind in der Lage zu begünstigen und dann dürfte es wahrscheinlich ruhiger werden. Was das Problem darstellt, in Anführungsstrichen, ist mit Sicherheit, dass auch heute wahrscheinlich ein recht ruhiger Handel uns anstehen dürfte, denn die wirklichen News-Events dieser Handelswoche, die beginnen erst morgen mit der US-Inflation, dann am Mittwoch ist es, am Mittwoch mit der FED-Leitzensentscheidung und am Donnerstag mit der EZB. Wir wollen jetzt schon mal so einen kleinen groben Überblick geben, wo wir aktuell stehen, wie es ungefähr laufen könnte, aber in Summe ist das aktuell wirklich ein Stochern im Trüben. Wir müssen uns unsere Spots suchen, nach Möglichkeit Spots suchen, wo auch ein klarer Vorteil identifizierbar ist, wo auch möglichst Action gegeben ist und ich muss gestehen, ich sehe diese Action weniger eigentlich weiterhin in den Indizes, im DAX bzw. S&P, in Nasdaq, aber auch nicht unbedingt in Gold, wo ich übrigens weiterhin erstaunt bin, wirklich, ob der relativen Schwäche, wir sind jetzt zurück unter 2000 Dollar gefallen. Es gab jetzt einen kleinen Flashout, im Kriptobereich habe ich gesehen, in Bitcoin sind wir zurück Richtung 42.000, das ist nichts Dramatisches oder dergleichen. Auch Ethereum hat einen kleinen Share von Rücksetzer gegeben. Also heute gibt es ein, ja, buntes Allerlei in Anführungsstrichen und morgen wird es dann konkreter eben mit den Inflationszahlen und entsprechenden auch Plays, die sich daraus ergeben könnten, bevor wir allerdings offiziell in die Chart schauen, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Also die Vision CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, ladet sich dann auf xdb.com.de, kostet nur seine Demo herunter, testet den Handel risikofrei, schaut, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ihn eignet und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vorstelliger Risikoprofil und weiß, findet ihr auf xdb.com.de, darüber hinaus können wir uns gerne die Möglichkeit, den Kundensupport hier im Berliner Büro zu kontaktieren, Kontaktdetails folgen sogleich. Bevor wir auf diese schauen wollen, zunächst in eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen, das ist alles rein edukativ, rein informativ, ihr könnt eure Fragen stellen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos, aber bitte, wie gesagt, nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier die versprochenen Kontaktdetails, Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse, du hast gerne die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, wenn ihr Fragen zu xdb.com.de als Broker haben solltet, Kontoeröffnung, Handelsplattform, Plattform-Einstellungen bzw. auch Produktpalette und dergleichen, die Damen und Herren dort, die stehen euch gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Kurz zu xdb.com.de, bester CFD-Broker des Jahres 2023. 23, die Unerzeuggefühle haben, findet ihr hier einmal links aufgeführt. Darüber hinausgehend natürlich die xStation, die dort ihren wesentlichen Teil dazu beigetragen haben dürfte und auf die wollen wir jetzt auch einen entsprechenden Blick werfen. Wir wollen beginnen, wie gesagt, mit dem DAX. Wir wollen ein buntes Allerlei uns heute mal gönnen und durch alle Märkte so ein bisschen vorab screenen und dann einfach mal schauen, ob sich irgendetwas in den kommenden Stunden bis Tagen ergibt. Wie gesagt, in den kommenden Tagen sicherlich, aber in den kommenden Stunden wird es ein bisschen dürftiger. Also DAX weiterhin sehr stark, super starker Aufwärtstrend, der sich seit Anfang November etabliert hat, steigende Hochsteigende Tiefs, Aufwärtstrendkanal, der sich dahingehend fortgeschrieben hat, dass Besucher neue Allzeithos haben markieren können. Wir sind im Zusammenhang hier mit der 16.800er Marke aktuell konfrontiert, gerade eben live im Event mit den xdb-Kunden, habe ich kurz einen Blick auf den Verfallstag bzw. das Verfallstag-Diagramm geworfen, und zwar mit dem Blick auf den großen Verfall, also den Hexensabbat, der am Freitag stattfindet. Wir haben noch einen, ich muss sagen, verhältnismäßig geringen Widerstand, aus der Warte wahrscheinlich so ungefähr um 16.800 Punkte. Gehen wir drüber? Halten wir drüber? Könnte es sein, dass wir, sollten wir das heute zu sehen bekommen, vielleicht nochmal eine trendigere Aufwärtsbewegung zu sehen bekämen, die uns in Richtung ungefähr der 17.000er Region führen dürfte und im nächsten psychologischen Halt, aber wirklich Widerstände würden sich aus der Warte nicht ergeben. Sonst, glaube ich, wird das ein eher choppiges, sehr unstirektokuläres Treiben, was wir zu sehen bekommen. Wir kommen auch jetzt gerade rein, also just in diesem Moment, wo ich das Event hier aufzeichne, sind wir ungefähr 20 Minuten in der Kasse drin. Wir sehen ziemlich genau das, was ich den Kunden von xdb sagte. Also meine Erwartungshaltung war nicht besonders hoch, ist nicht besonders hoch. Allenfalls, wie gesagt, gehen wir über die 16.800, könnte da vielleicht noch was gehen, aber sonst wäre ich in diesem Zusammenhang nicht wirklich optimistisch. Kurzer Flaschtief, Flasch, ist noch nicht was denn Flasch, wirklich gesagt. Also wir sehen ein unglaublich träges, dröges Driften im übertragenen Sinne, 30 Punkte aktuelle Range, 0,2 Prozentpunkte, die wir hier fluktuieren. Also ich würde das alles als nicht sonderlich attraktiv tradingtechnisch eben sehen. Hier sind ungefähr die Squeeze-Hoaks, die wir ausgebildet hatten. Das war am Mittwoch, wenn ich mich nicht alles täuscht, genau am 5. oder war es am Dienstag schon? Muss mal ganz kurz hier gucken. Ne, es war Mittwoch, es war Nikolaus. Vielleicht um 16.57, vielleicht ein Support, der sich findet, vielleicht ein kleiner bei uns, aber das ist alles klein, klein. Also das ist alles, wie gesagt, nicht sonderlich attraktiv, was sich hier weiter in den Indizes eben präsentiert. Driften seitwärts, choppige Price Action, das ist das wahrscheinlichste Szenario für den DAX, oberhalb von 16.800, wie gesagt. Vielleicht eine Absicherung, die er einsetzt in einem dünnen Umfeld in die Inflation morgen, ganz besonders aber die FED und dann die EZB am Donnerstag. Da sehen wir eventuell eine Drift höher. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon für den DAX gewesen. Ich bin mal gespannt, wie sich die US-Märkte hier präsentieren. Die haben am Freitag, also insbesondere weiter der S&P, einen relativ soliden Schluss zu sehen bekommen, im Bereich wieder hier der Range-Begrenzung auf der Oberseite. Wir gehen vielleicht mal kurz hier auf die 30-Minuten-Ebene, da kann man diese Range wesentlich besser erkennen. Da können wir erkennen folgend auf, die Non-Farm-Payrolls, die sind besser als erwartet veröffentlicht worden, aber jetzt auch nicht der Impulsgeber liefernd, den, das auch hier wartet man auf frische Impulse seitens der Inflation, beziehungsweise ganz besonders seitens der FED im Hinblick auf ihre sogenannten Economic Projections, auf den Dotplot ganz besonders. Wir haben eine Erwartungshaltung, wenn wir uns den Terminmarkt anschauen, wonach wir bis Ende des Jahres 2024, also Dezember, zwölf Monate von jetzt, eine Erwartungshaltung haben, dass der Leitzins 100 bis 125 Basispunkte niedriger liegen wird. Und das wird erwartet mit 75-prozentiger Wahrscheinlichkeit und mehr. Und das wiederum ist natürlich etwas, was dann die Frage aufwirft, wird das bestätigt sein, ist der FED am Mittwoch oder wird es das nicht? Das ist ein Unsicherheitsfaktor, der ist gegeben, vielleicht, der lässt dann auch jetzt bis dato jedenfalls die Volatilität sich relativ subdued darstellen oder ist dafür prädestiniert, auch morgen, vielleicht sogar rund um die Inflationsveröffentlichung, keine großen Impulse zu liefern, bis dann mit der FED der Impulse geliefert wird. Vielleicht sehen wir wirklich jetzt Montag, Dienstag und auch Mittwoch bis in den Abend hinein keine wirkliche Action und dann erst mit der FED den Impulsgeber und haben dann nochmal zwei Tage, in dem ein bisschen was kommt am Donnerstag beziehungsweise Freitag. Ich will das nicht ausschließen an dieser Stelle. Wie gesagt, das ist das, was den Markteinnehmer interessiert oder das ist das, worum es geht im Endeffekt. Es geht weniger um die Leitzinsentscheidung als solche, da wird nichts passieren. Es geht um die Economic Projection, es geht um den Dotplot, es geht darum, was bestätigt die FED und vor allem, wie viel ist reingepreist beziehungsweise wie robust kann der Markt reagieren, sollten wir den Worten von Jay Powell hier Nahrung verabreicht sehen, so möchte man mal vielleicht sagen, nämlich dahingehend, dass er sagte, wir sind weiterhin restriktiv. Wenn sich das im Dotplot widerspiegelt, dann würde das auf jeden Fall eine Diskrepanz zu dem, was der Terminmarkt eben sieht und das könnte, eben weil es ein nicht so laxer Geldpolitischer Kurs ist, tatsächlich dann so ein bisschen den Weihnachtsgrinz-Spielen übertragenen Sinne und dieser Weihnachtsrallye oder diesen Push in Richtung und dann auch auf Neujahreshoch und in Richtung der Allzeithochs im S&P, beziehungsweise im Falle vom Nasdaq vielleicht den Push in Richtung schon der Allzeithochs, könnte das so ein bisschen das Weihnachtsfester werden oder beziehungsweise eben, wie gesagt, den Grinz-Spielen in dem Moment, wo wir dann einfach realisieren, okay, also das waren nicht nur Worte, die Jay Powell gewählt hat, sondern das spiegelt sich auch im stimmberechtigten Spektrum seitens eben der FOMC entsprechend wieder, aber nochmal, das müssen wir abwarten, ob es genau in diese Richtung geht und ob diese Kommunikation stattfindet, was mich überrascht, ehrlich gesagt, beim Blick auf Gold ist das, was wir hier präsentiert bekommen, das ist alles andere als stark, also müssen wir ganz klar so festhalten, die 2040 ist es nicht geworden, die haben wir nicht ausnehmen können, am vergangenen Freitag, das war meine Linie im Sand, oberhalb hätte ich gesagt, okay, das könnte jetzt dann doch nochmal der Lauf Richtung 2100 geben, stattdessen abgeprallt Richtung 2000 und wie gesagt, auch jetzt zum Wochenstart unterhalb dieses Niveaus, hätte man vielleicht vor einer Woche nicht unbedingt erwartet, da haben wir nämlich hier noch in Gefilden um 2100 Dollar, bisschen drunter gehandelt, nachdem wir über Nacht ja damals in die Squeeze gegangen sind, hier auf neue Allzeit hoch. Das ist eine relativ schwache Vorstellung, ich hatte schon gesagt, also eigentlich long sein in Gold möchte ich nicht, auch vor dem Hintergrund der Gefahr, die ich sehe, dass der Zinsmarkt ganz besonders eventuell, weiter erstmal nach dem jüngsten Run auf der Oberseite, der TLT zum Beispiel, also der ETF für 20-jährige und länger laufende Bonds, dass der vor einer Korrektur steht, was zeitgleich bedeutet, dass Zinsen anziehen könnte, das wiederum bedeutet, das wäre eher negativ für Gold, das wiederum bedeutet, wir sollten hier erstmal uns abwarten zeigen, ob wir uns jetzt hier long positionieren, auch wenn das saisonale Fenster, welches wir jetzt geöffnet haben, für Gold eigentlich eher positiv ist. Aber für eine kleine erste Vielerposition würde ich in Rückeroberung der 2010 sehen wollen und dann eventuell in Betracht ziehen, aufzumunitionieren mit Eroberung der 2040. Aber dafür ist noch eine Menge Holz aus dem Weg zu räumen und es ist derzeit noch zu früh, um sich hier Gold mit Gold Long Position eben zu positionieren. Und final nochmal ganz kurz einen Blick einmal auf den Kryptobereich. Da gab es heute Nacht so einen kleinen Flash Crash, so möchte man ihn vielleicht mal bezeichnen. Da sehen wir es, da hat wieder irgendjemand auf den Verkaufsknauf gedrückt und da ging es, wir trippelten schon so tiefer und dann gab es heute Nacht so einen richtig kleinen Washout, der uns Richtung 40.000 geführt hat. Nichts Dramatisches, ehrlich gesagt, oft genug passiert. Retest der übergeordneten Aufwärtstrendlinie, die halten wir, bouncen von diesem Level. Eigentlich eher ein robustes Zeichen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Nicht, dass ich jetzt unbedingt kaufen wollte, aber nichtsdestotrotz, das ist eine starke Reaktion gegen diese Trendlinie, die wir haben bis dato halten können. Und hier bleiben die Vorgaben weiter ganz klar long. Aber Details in den folgenden Tagen. Wir müssen noch ein bisschen was aufbewahren, weil so viele Themen werden wir nicht mehr haben. Happy Trading. Pass auf, die Stops auf. Wir hören voneinander wieder morgen hier gemeinsam mit XTB. Ich freue mich auf euch. Habt euch wohl. Bis dann. Tschüss.